hallo und herzlich willkommen zum ultimativen für mich jedenfalls ultimativen beddini test praktisch den test der alle parameter gegeneinander aufwiegt bei so einem beddini man kann ja beim beddini die spule einmal so rechts rumwickeln einmal links rumwickeln man kann den rotor einmal links rum laufen lassen einmal rechts rum laufen lassen je nachdem wo es rechts und links ist man kann es mit re switch machen man kann ja was kann man noch alles machen ja die magneten hier zum beispiel rumdrehen dass man einmal nur mit nordpolen fährt dann kann man die alle rumdrehen dann fährt man nur mit südpolen da kann man mal jeden zweiten wechseln hat man nur süd-nord-süd-anordnung alles dreht sich alles funktioniert bei allen anordnungen kommt ein back emf raus aber was ist jetzt das effektivste davon ja so nach rein logischem verständnis könnte man dahin noch mitgehen in dem man sagt na gut vielleicht kommt ja schon ein bisschen darauf an ob man hier die spule rechts rumwickelt oder links rumwickeln wie die magneten dann hervon kommen das ist dann nehme ich einmal unser drück modus oder zieh modus ich glaube ich hier jetzt gerade neu entstanden die wurde original als bediene repulsion mode und attraction mode genannt das ist der unterschied wie man ja power und trigger anschließt sozusagen man kann einmal unsere power spule so anschließen auf die eine seite der power spule kommt ja unser plus vom eingang drauf dann kann man praktisch power einmal so reinschicken dass wenn er power von ein nordpol entsteht hier vorne an der spule und wenn man andersrum anschließt dann hat man so geschalten dass hier vorne ein südpol entsteht wenn der eine pol entsteht ich sage jetzt mal aus bestimmten gründen nicht welcher weil ich es nicht so richtig weiß jedenfalls in dem einen modus zieht er den magneten hier ran und lässt ihn dann hier frei und im anderen modus läuft das rad dadurch muss angetreten hat bis hierhin mit und bekommt jetzt erst einen drück puls und wird dann weggedrückt also ist das eine mal hier dieser dieser zieh modus da der sogenannte attraction modus wo der magnet zur spule hingezogen wird und dann freigelassen wird und dieser repulsion mode ist dann wenn er praktisch hier im optimalen punkt ist und dann die spule vom gegenpol bekommt so dass er weggedrückt wird ist dann der repulsion mode ja das müsste man herausfinden was da besser ist dann was ich vorhin schon gesagt habe ob man nur mit not monopolen fährt hier außen bei den magneten oder ob man eine süd nord süd nord anordnung macht oder nur mit süd monopolen fährt dann die sache noch mit unserem read switch ob wir die träger spule die ist dann ja ist ja auch mit hier drin unsere träger spule mit einem read switch koppelt den read kann man dann hier hin und her verschieben bis man optimalen schaltpunkt hat ich habe den bei mir jetzt mal hier fixiert dass man immer ein und dieselbe einstellung haben war für die test dann schon nötig gewesen ja das wäre mal noch interessant gewesen da hat mich der renny drauf gesetzt letzten august wo mich besucht hat das hat er mir noch mal richtig ans herz gelegt dass da wirklich noch viel zu holen ist ja aber in den momenten wo am ausgang bei beiden modis sozusagen die neon klimlampe schön leuchtet und meine batterien geladen werden kann man da schlecht sagen was jetzt besser und was jetzt nicht so gut ist aber dazu später noch ja im unterschied read switch triggerspule und dann noch wird er links rum gedreht oder wird er rechts rum gedreht vom logischen verständen her dürfte das alles nichts ausmachen müssten eigentlich überall dieselben wer da raus kommen aber dann lasst euch mal überraschen der read switch hat die eigentliche aufgabe der powerspule hier im optimalen moment zu sagen wann sie powern soll ich habe bis vor einem jahr auch nicht gewusst aber wenn sich magneten drehen dann verzieht ihr magnetfeld nach hinten also wenn sich das jetzt so rum dreht dann dürfte sich das magnetfeld etwas nach hinten verziehen das heißt wenn er dann eine bestimmte drehzahl hat dann schaltet dann nicht mehr hier in der mitte oder hier vorne was weiß ich sondern vielleicht erst hier oder erst hier das würde jetzt im praktischen heißen wenn wir unsere triggerspule hier in der powerspule mit verwickelt haben und unser magnet kommt vorbei und erst jetzt praktisch induziert der der strom induziert für die triggerspule und jetzt kommt der strom für die powerspule und jetzt power die spule erst so dass der hier nur noch ein ganz kleines bisschen gerade so viel bekommt dass er überhaupt vorwärts bewegen kann ja und dann ist auch schon der nächste da und wir haben einen haufen energie vernichtet deshalb die vorgehensweise den trigger etwas rauszusetzen bei den ersten versuchen wo wir die triggerspule hier vorne hatten hat es aber auch noch nicht so richtig funktioniert so und jetzt wo der renny letztes da gewesen ist allgemein einfach mal den read switch hier vorne positionieren wo er schalten soll und die triggerspule trotzdem da lassen wo sie ist klingt komisch funktioniert aber komischerweise das sieht jetzt im praktischen so aus wenn jetzt hier ist die eine triggerspule und hier die andere triggerspule das sind jetzt meine zwei powerspulen da wo die drei parallel jedenfalls das ist ein triggerspule und das ist ein triggerspule der triggerspule bleibt drauf das ist der triggerspule der hier drüben auf das beinchen vom condi geht und auf minus und der triggerspule hier die nehmen wir jetzt einfach mal raus aus der lüster klemmen das würde normalerweise aus potty gehen hier unten habe ich ein fest widerstand jetzt anstelle vom potty eingebaut aber den nehmen wir jetzt einfach mal raus so er will raus jawohl und das schwarze kabel ist praktisch die eine seite vom read switch damit wird er jetzt einfach verbunden praktisch dass mir die triggerspule und den read in reihe nehmen soweit soweit verstanden also triggerspule und den read switch in reihe nehmen so gut so dran ist dran wunderbar so und jetzt die andere seite vom read switch und die wird jetzt an die stelle angeschlossen wo es potty ist oder fest widerstand gut so mal gucken ob sich das ding auch dreht mal schauen ja ich wie gesagt ich habe es jetzt bei mir hier fixiert ich habe vorher ein bisschen rumprobiert wurde optimale punkt ist also das werdet ihr wahrscheinlich auch machen müssen je nachdem wie rum sich wie rum ihr dann die drehrichtung haben wollt eingeschalten ist noch naja das ist gleich die richtige drehrichtung gott weil jetzt kann ich mal versuchen andersrum geht es hier nämlich nicht ne seht ihr das geht hier nur in eine richtung wenn ich die magneten dann von noch um wieder andersrum nehmen also südpol habt anstatt nordpol dann geht es in die andere richtung gott so klingt das jetzt aber ein bisschen härtere pulse ich glaube ist das der modus wo die neon klimlampe schon bei 8 volt kommt ich weiß immer ich bin immer mit 8 volt eingangsspannung bin ich immer gefahren und ja gut sehr spule hier glaube ich muss ich auch noch mal vortifolieren bevor noch mal auf die tabelle gucken können das muss man jetzt mal noch fix mit durchziehen und dann kommen die ergebnisse von der tabelle die spule hier ja ich warte jetzt nicht von euch dass ihr genau so ein ding nachbastelt weil ich war da wochen drüber gewesen aber nur mal so jetzt als info für die werte die dann hier rauskommen wahrscheinlich wird es mit einer normalen spule hoch funktionieren aber falls nicht könnte man hier mal dann weiter suchen ich habe es gleich mal gemacht und zwar habe ich da vier drähte genommen jeweils mit demselben durchmesser und habe die verdrillt alle gleichmäßig und habe dann lauter pancake heute gemacht sozusagen praktisch hier diese diese erste lage hier da geht es hier erste windung dann zweite windung dritte bis außen und dann ist es ja gar nicht so einfach die dann so weiter zu wickeln aber wenn wir erstmal hier aufs vereinfachte modell gucken wenn das so eine pancake coil ist dann wie wickelt man dann die nächste lage ich bin dann daher gegangen und habe dann bin dann von außen wieder da habe ich tonnen von kleber verbraucht so sekunden kleber von außen dann wieder nach innen gegangen von innen wieder nach außen von außen wieder nach innen und so weiter und so fort praktisch dürfte die ziemlich hoch spannungsfest sein wenn ich das mal so sagen darf deshalb für mich die perfekte spule nur mal so jetzt als nebeninfo für euch mit der normalen spule muss so funktionieren so um jetzt mal im detail die versuchsanordnung noch mal euch zu zeigen möchte ich euch sagen dass wenn der magnet so rum hier auf dem kompass angezeigt wird habe ich jetzt nordpol außen hier nordpol außen ich meine wenn man es so einfach irgendwo hin hält echt da drüben noten habe ich hier noch irgendwo magnete rumkollern das schlechte irgendwo ein punkt zu finden wo ich keine magnete habe aber normalerweise müsste ja passt schon normalerweise ist da wo jetzt das rote hin zeigt nord unser nordpol und da wo das ding hin zeigt der südpol aber thomas altaik hat ein schönes erklärvideo gemacht dass ja unser kompass eigentlich zum magnetischen südpol zeigt also wenn die rote nadel vom kompass dann praktisch hier zum magneten zeigen würde jetzt ist anders und jetzt zeigt es guckt uns der nordpol an sozusagen also so habe ich das dann weiterhin dokumentiert was gibt es noch dazu zu sagen ja meine drehrichtungen wenn ich den rotor praktisch hier mit meiner rechten hand nach rechts angeworfen habe habe ich rechts rum dazu gesagt das ist dann bei mir hier in der tabelle rechts rum und wenn ich eine links von mir weggestoßen habe das war dann links rum ich kann nichts weiter dazu sagen so habe ich es halt von meiner intuition her gemacht und ich habe sowieso ein problem damit mit diesem rechts drehen und links drehen das ist sowieso immer für mich so eine sache wo man sich da hinstellt wenn das ding jetzt aufsteigend oder absteigend ist dann kann ich mich eventuell dazu noch hinreißen lassen da rechts rum und links rum zu erkennen aber wenn sich irgendwas nur so in zweidimensionale ebene dreht dann rechts rum und links rum zu sagen da hört mehr auf aber so habe ich es jetzt jedenfalls bei mir dann hier in der tabelle dokumentiert dass wenn man es dann nachbauen sollte dass er dann auch wisst wie ich das hier gemacht habe den ausgang haben wir hier wie folgt gemessen und zwar habe ich da einen 40 volt kondensator der 74.000 mikrofarad fassen kann und da habe ich gewartet bis er hier bei 40 volt gewesen ist mit dem meter mit angeschlossen und habe hier mit meiner eieruhr dann immer die zeit gestoppt wie lange das gedauert hat bis der kondensator auf 40 volt gewesen ist ja so dann können wir mal den ersten probelauf machen würde ich sagen genau das netzteil habe ich immer eingeschalten gelassen weil ich habe bei dem mitbekommen immer wenn ich ein und ausschalte habe ich da leicht unterschiedliche volt zahlen anliegen aber wenn ich es eingeschalten lasse dann bleibt es bei der voltzahl und ich habe dann lediglich dann hier genau da geht schon los na oder doch geht schon los genau ich weiß jetzt gar nicht welcher modus das jetzt hier ist hier oben wird dann jedenfalls angezeigt wie viel milliampere er dann zieht ich habe dann immer gewartet bis er hoch gelaufen ist sozusagen praktisch bis sich die drehzahl nicht mehr signifikant erhöht hat jetzt am anfang beim hochfahren zieht er teilweise noch ziemlich viel aber dann wenn er so seine nenn drehzahl erreicht hat die hier wird er nötig ist ja da habe ich dann angefangen die drehzahl zu messen also einschalten ach ja seht ihr da bekommt er noch mal so ein krieg manchmal muss man ein bisschen warten also ich hätte das mal da wird sich so bei 2100 drehungen einpendeln wenn er hochgefahren ist sagen wollen wir jetzt aber gar nicht warten ich habe bei den tests jedenfalls immer so lange warten müssen bei den einzelnen und ja wenn er dann hochgefahren ist geht es dann hier ans anklemmen an den ausgang bei manchen einstellungen ist die drehzahl abgesagt aber bei den meisten einstellungen hat sie sich dann auf einem drehzahl wieder normalisiert ja und hier seht ihr steigt der konnte jetzt das eine mal schneller das andere mal langsamer auf seine 40 volt hinauf das waren die die versuchsanordnung dann halt einmal mit diesen ganzen unterschiedlichen parametern hier jetzt endlich noch mal die daten hier zur auswertung hier ist jetzt die tabelle ich scanse mal schnell von links nach rechts durch ich halte immer mal ein bisschen an dass er mein bildschirmfoto machen könnt wer sich das dann mal als komplett tabelle zusammenstellen will ja und hier noch mal so zur erklärung wie ich das gemeint habe also einmal ist das teil also hier oben ist immer die die not also die die pool anzeige von vom roto praktisch angegeben hier oben in der spalte das heißt jetzt praktisch ach so das habe ich ja vorhin gar nicht erwähnt ja genau den test habe ich auch gemacht ob es was bringt mit so einem magneten hinten drauf einmal gegensätzlich den magneten und gegen nord und einmal süd gegen süd ja praktisch der kleine magnet der hier hinten auf den ferrit dann drauf kommt oder auf dem eisenstab oder was ihr dann auch immer habt damit geht es los wo heißt ohne also ohne so ein magneten hinten drauf mit nordpol anordnung nur nordpol anordnung außen nordpol monopol nach außen zeigend links rum heißt es eltern analog dann hier rechts rum so und dann habe ich angefangen in kleinen magneten hin drauf zu setzen wo dann nord gegen nord gezeigt hat dann zuerst links rum zuerst rechts rum und hier seht ihr schon hier steht nm das heißt nicht möglich bei der wenn man ein re switch mit dazu nimmt ich habe gemessen die milliampere habe ich gemessen bei der höchsten drehzahl und auch da wenn es ein condi reingegangen ist hat sich nicht viel verändert die drehzahl vom roto ist ja auch ausschlaggebend für das drehmoment wasser dann entwickelt der muss ja hier gewissen luftwiderstand überwinden und hier drüben habe ich die sind zwar leer die spulen aber ein bisschen was wird auch flöten gehen da drüber also je höher die drehzahl desto höher dann praktisch der mechanische output so habe ich den mechanischen output gemessen und den elektrischen output habe ich dann wie gesagt gemessen indem ich die zeit gemessen habe bis dieser 74.000 mikrofarad 40 volt condi bei seinen 40 volt gewesen ist so und dieser wert hier unten ich habe deshalb nur mal wert hierhin geschrieben weil ich absolut keine ahnung habe was die zahl hier repräsentiert ich habe mir irgendeine formel gesucht die die ganzen drei werte ins verhältnis setzt dass man dann mit einem mal ablesen kann was das effektivste ist und zwar bin ich auf den wert wie folgt gekommen und zwar habe ich die milliampere mit der zeit multipliziert also die 450 jetzt hier mal 63 genommen und den wert dann durch die drehzahl genommen also durch 1823 und kommen dann hier auf diesen wert so habe ich damit für mein gefühl erfahrt mir jetzt nie wie ich auf die formel gekommen bin das heißt irgendwie daran versucht über irgendwelche verhältnisse da alle parameter somit einzubringen damit die je nachdem was besser und was schlechter ist da einwirken können und je geringer der wert hier ist desto höher ist die effizienz so und da sticht ein wert jetzt schon am anfang richtig raus und zwar ist das der wert hier mit 8,66 da hat der die stromaufnahme war hier nur 325 milliampere gewesen bei 2240 umdrehungen und in 65 sekunden war der condi auf seinen 40 volt gewesen und das alles ins verhältnis gesetzt ist das das aller 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 effektivste und das ist dann dabei rausgekommen indem ich ohne gegen magnet gefahren bin also nur mit nackigem verritieren damit also ohne den magnet der jetzt hier drauf ist und nordpol anordnung und das ding rechts rumdrehen lassen also normalerweise linge aber hier ich habe es ja vorhin erklärt wie ich rechts rum und links rum gesehen habe hier bei den test so ja der hat komplett herausgestochen und mit riet also nicht mit der normalen triggerspule also schon mit der triggere aber mit riet in reihe dann dazu wie ich so als letztes dann gezeigt habe der wert hat wirklich komplett herausgestochen was noch eine kleine besonderheit gewesen ist im attraction modus ja wie ist der wie habe ich den attraction modus jetzt das einzige fragezeichen was ich hier mal offen lassen muss ich habe mit einer einstellung angefangen von power und trigger muss ich jetzt mal ehrlich sagen habe die als ein was deklariert und habe die andere dann als die andere genommen also hier bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher ob das der richtige traction oder repulsion modus ist aber das mal fix unten zu klemmen ist ja kein großes ding ja und wenn ich jetzt hier guckt zwischen attraction modus da müsste das im repulsion modus mit der südanordnung südanordnung ohne ja da komme ich dann noch hier drauf auf 10,17 also es hat schon einen kleinen feinen unterschied muss ich sagen also die eine anordnung die geht nur mit südpol in rechts rumlaufen und die andere anordnung anordnung nur mit nordpol in links rumlaufen genau ja aber kriegt er dann selbst bei euren versuchen raus ok um euch hinten nochmal nochmal mehr zu verwirren wir bleiben jetzt erstmal bei dem repulsion modus hier da war es bei einigen einstellungen so gewesen dass er sehr viel gezogen hat eine sehr geringe drehzahl hatte wie zum beispiel hier bei der anordnung und nachdem ich den condi angeklemmt habe ist die stromaufnahme runter gegangen die drehzahl schlagradig hoch gegangen das war hier in dieser reihe einmalig gewesen hier hat man es einmal gehabt deshalb das ist immer mit dem sternchen hier hier nochmal hier nochmal hier auch nochmal das ist das habe ich noch als besonderheit mit rausgefunden die werte sind im vergleich da ist der reed eindeutig besser egal im repulsion modus oder im attraction modus obwohl der hier der haut die hauen ziemlich raus also hier da geht es nicht so effizient dabei muss ich noch dazu sagen der reed ist ja hier jetzt fixiert und der mag wohl so rum in die eine richtung als auch in die andere richtung mit den jeweiligen polen funktionieren aber um es richtig eindeutig zu machen hätte ich da wahrscheinlich wirklich eine tja eine komplette position nehmen sollen die ich auch spiegeln kann auf die andere seite und das geht hier wahrscheinlich nicht so genau also hier ist wahrscheinlich noch optimierungsbedarf da da war die reed einstellung höchstwahrscheinlich nicht richtig gewesen aber trotzdem bisher die kombination hier die effektivste ja und die befürworter von dieser nord-süd-nord-süd-anordnung muss ich dazu sagen es gab hier zwar einige hier in 64 sekunden aufgeladen und von der drehzahl her war es auch ziemlich moderat gewesen das ist jetzt der block hier wo hier überall das mit dem reed switch nicht möglich gewesen ist bei nord-süd-nord-süd-anordnung doch wäre auch möglich gewesen aber habe gedacht das ist sinnlos weil er tut ja dann nur bei jedem zweiten schalten eventuell oder geht es überhaupt nicht ich glaube das geht gar nicht müsst ihr mal probieren aber ich glaube das geht sowieso nur mit monopolen und tja da sah das dann so aus eigentlich will ich nichts falsches sagen muss ich mal sagen ich probiere es dann noch mal kurz mit nord-süd-nord-süd-anordnung aber ich habe von vornherein gedacht das bringt überhaupt nichts das nochmal raus zu messen weil herr pedini ist ja nicht ohne grund auf die monopolenordnung gegangen der hat die ganzen tests schon vor uns gemacht ich wollte es ja nur noch mal für mich selbst auch live sehen hier unten das weiß ich nicht genau ob es ein messfehler gewesen ist da könnte es dann gewesen sein dass er nochmal an der drehzahl eingebrochen ist da bin ich mir nicht sicher aber ja eindeutig sticht das trotzdem heraus diese anordnung hier so genug verwirrt erstmal bis später